Ja, ich kann auch, ich dachte noch ein Irre-Leuchter-Ding einlassen, weil die brauchen Grün ja, ist weg. Also jetzt ist er ausgestiegen. Klaue ich ihn jetzt. Klaue ich ihn jetzt. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, du wirst! Ja, ich hehehehe. ansonsten müssen wir zusammen mit einem fliegen ich bin schon da ich muss nur und es wird Nacht ja das macht ja nichts also ich bin schon da ich muss nur kurz kurz meine Ansage machen ach du bist schon drin im Chopper ich habe jetzt einen den hat hier irgendeiner abgestellt den nehme ich jetzt ich damit jetzt erstmal eine Runde warm fliegen alter der andere direkt vor mir hier mit einem kleinen Schrauber gelandet kurz eine Runde fliegen so 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 how to say this stream is dedicated to a real hero and a very very good friend of mine Lieutenant Vic H. Prima Vietnam war era hero and veteran Vic died in 2012 unfortunately and yeah this is just try to to honor to honor him and all the veterans and what they did and they served in Vietnam and they risked their lives for freedom for freedom and for everything we now have and yes as I said I can't do much but but this is this is a memorial stream for him and so I dressed up like like a pilot and I think like yeah they had been flying over there in this time and yeah hopefully I can I can give something something back I hope so so please please enjoy enjoy the the flight or how to say enjoy the stream to be honest we we are both not not professional gamers we are two two old guys over 40 now and yeah we we try to give our our best to to fly and yeah and do our very best I I plan to to do this stream try to do this stream in the middle of the year but unfortunately I was very busy and now during my holidays I decided to do it and yeah here we are sorry for for switching to German in a few seconds and what we are going to do is now to find a proper chopper a slick and how that's how they call it I think in this times and then we are going to do the yeah the support flights bring people bring soldiers in bring troops in supplies in and then yeah enjoy enjoy the ride let me know what you think about it so now I'm going to be there there I'm going to be there a group to make Marcus ah yeah 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 give me give me give me give me a few seconds I am just I'm just about the job new to make group 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 is as a short explanation RBF stands for Royal Bavarian Forces because we are both from Bavaria and yeah that's just a thing we did okay Einladung is out I make the group private yeah I see there is the stream still there is right or there is not there not yes I have I see you there is cool I am I am 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 Ton ist immer noch da, oder? Ja, ich hab das jetzt nicht an, vorhin war Ton da, ja. Ich kann nicht jetzt noch den Stream, den Ton anmachen, weil dann werde ich wahnsinnig. Alles gut, Ton ist da. Ready, ready. Okay, legen wir los. Holen wir uns ein paar Leute und dann fliegen wir rein, oder? Ich weiß nicht, ob die hier Supportzeug brauchen. Ich muss auf der Karte kurz auf. Okay. Mal kurz. Erstmal wo überhaupt. Die Phase ist, ach, da oben ganz okay. Was haben wir denn? Land of Jars, ganz im Westen. Ich flieg mal die Landebahn entlang. Gibt es eine Route hoch? Ja, ja. Ist markiert. Steht einer da, oder ist keiner da, den wir mitnehmen müssen? Ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt keinen. Doch, einer steht dort, den pick ich, den nehm ich mit. Oh, okay. Ja, weil ich jetzt hochgezogen werde und du warst über mir. Oder wollen wir Supplies mitnehmen? Ja, dann fliegen wir Supplies, komm. Okay, Supply drop done. Nehmen wir so eine große Kiste hier. Übrigens, Doug Brimmer. Again, switching back to English, Doug Brimmer is now stepped into the footsteps of his father Vic Brimmer. He is flying for the Sheriff's Department. He is also a very, very brave man and rescued a few days or few weeks ago a hiker from a mountain who was badly injured. He was also on TV, so, yeah. Sorry, I am back for switching back to English. Okay, bereit. Ich gucke, wo wir hin müssen. Oh, unser irgendwas Bridge. Okay, die Zone ist frei. Wir fliegen Richtung Nord, Nord, Nord. Oh, bist du schon weg? Oh, ich habe es wieder verloren. Scheiße. Du hast es verloren? Ja. Oh, okay. Moment, ich muss noch mal anhängen. Tut mir leid. Kein Problem. Ich schreibe mal eine. Ich schreibe mal eine. Okay, hängt dran. Alter, hä? Der hebt das nicht vom Boden ab, ne? Nimm eine andere Kiste, die ist verpackt. Vielleicht liegt die seitlich. Nimm die eine, wo beim Chopper hinten steht. Alter, ich gehe mal schon wieder auf die Eier hier. Warum? Ja, was soll der Kack? Ja, keine Ahnung, vielleicht hat die einer umgeschnissen. Nimm die hintere, nimm nicht die. Ja, ja. Oh, sehr. Die. Ich habe keinen Routenrauch mehr, was ist denn das hier für ein Mist? Zeit. 6 Uhr. So, picking up supplies for the guys on the forward operation base. Okay. Hast du? Legen wir los. Du fähr raus, ich hinterher. Mach mal so. Ja. Ja. Okay. Geschwindigkeit? Äh, 170. Ich gehe auf 150 hoch. Verstanden. 150. Also Speed 170. Ja, Speed ist 150. Ja, ich komme nach. 200 Uhr. Ich bin hinter dir. 6 Uhr. Nein. 6 Uhr. 6 Uhr. 6 Uhr. Ja, passt schon, ist gut. Das schaut schon krass aus. 200. Ja, die 200. Also Speed. 200, 200 hatte ich gerade. Ja, das ist schon krass. Next I.O.? Was heißt Next I.O.? Äh, die wollen die nächste Zone anfliegen. Ist das schon grün, oder was? Keine Ahnung, ich kann gleich mal. Oh, du gehst runter, kann das sein? Nein, die Linie ist weg. Ja, es ist grün, wir fliegen aber weiter die Richtung. Weiter, 280. Ich sehe dich, du bist gut. Position halten, so. Wir fliegen erst mal ein Stück. Wir fliegen jetzt recht langsam. Die nächste Zone ist non-Kiav. Okay. Ja, ich habe ein Support-Request bekommen. Non-Kiav, da müssen wir ja dann nach rechts gehen. Ja, Markus, müssen wir Richtung Ost abdrehen. Na, warte, fliegen wir ein bisschen weiter. Fliegen ein bisschen weiter und dann fliegen wir direkt Richtung Nord. Bist du schon abgedreht? Nee. Nur ein Stück, nur ein Stück. Ich bin jetzt bei den... Ich sehe dich, ja, sehe ich. Wir müssen jetzt aber abdrehen, ne? Ja, wir haben ja noch. Warum müssen wir abdrehen? Hä? Achso. Weiter, wir fliegen immer noch geradeaus und dann Richtung. Ach, ja. Siehst du mich? Ich bin vor dir. Hast du mich gesehen? Jetzt sehe ich dich. Oder? Ja, muss nur ein Stückchen. Ja, du kommst jetzt ziemlich flott. Ja, ich sehe dich. Fliegen wir mal nur die Richtung. Ich habe mal eine Leuchtfackel raus. Okay, jetzt drehen wir ein Richtung Nord. Und dann direkt Richtung Nord. Dann kommen wir direkt auf die Zone hinzu. Ich weiß zwar nicht, wo die Farbe ist. Ich wollte ja den Memorial Stream schon ewig lang für den Weg machen. Ich weiß, ja. Seit Mai und ja. Der Tag war jetzt im Fernsehen, ne? Der hat eine Wandererin, die wo abgestürzt ist, hat er gerettet. Auch mit der Böll, mit der Hüi. Echt? Ja, ja, ja. Saugeil. Einfach nur saugeil. Haben sie interviewt. Kann er einen Link mal schicken? Ah, das ist echt gut, ja. Okay, Alter, ähm, oh shit, oh shit. Ding ist raus, einmal Licht ist raus, ich gehe tief. Uh, uh, uh. Ähm, ich gehe mal, ich fliege eine langsame Runde. Ja. Ich höre Flugabwehr, Anti-Erkopf-Fahr. Ich sehe jetzt noch nicht die Farbe. Nein, ich ahne, ich habe keine Ahnung, wo wir die Kacke hinschmeißen sollen. Oben, wo das Licht ist, oder? Äh, ich... Uh, wir sind von allen Seiten unter Feuer, sehe ich gerade, also ich fliege mal langsam an. Also ich gehe nochmal stark hoch. Alter, Alter, wenn du so hoch gehst, kann es sein, dass du... Ja. Die sind da oben, oder? Wo die Leuchtkugeln waren. Fuck, da oben, da geht es schon ganz schön ab. Wo sind unsere Jungs? Ich sehe nur Hudson, Iroquies. Ah, da hinten sind Leuchtkugeln, da werden sie sein. Ah, da geht es da ab. Guck dir das an. Oder ist das im Tal? Scheiße, ich muss mal... Boah, es ist keine markiert. Ja, keine Farbe markiert. Okay. Ähm. Da oben ist ein Iroquies, der landet gerade, da fliege ich jetzt hin. Wo ist der gelandet, wo die Leuchtkugeln sind? Äh, schwierig zu sagen, da geht einiges jetzt ab. Eine Cobra geht runter, ich fliege jetzt da hin, und da schmeiße ich Ihnen das Zeug ab. Ich drehe jetzt eine Runde, ich drehe jetzt nochmal. Das ist ein bisschen heiß, ja. Ah, ich bin zu getroffen. Dann, wie getroffen, schwer getroffen? Ah, ja. Aber fuck, gehst du runter? Mainrotor, AT-AQ ist top. Scheiße. Keine Ahnung, was das ist, versuchen runter zu kriegen. Okay, ich habe abgeliefert. Ja. Siehst du, wo ich bin? Ich werfe noch mehrere Fackeln ab. Ah, jetzt wird's. Auf den Berg. Oh, fuck, fuck. Fuck. Böser Treffer, Böser Treffer, Heckerotor, Heckerotor. Ich muss zurück zur Basis, ich habe es gerade noch so geschafft. Ja, ich versuche zurück zu kommen, ich habe einen schweren Treffer. Aber du musst ihn auf Speed kriegen, den Höbel, dann kannst du... Ja, er dreht sich. Das ist ein Kreis. Ja, ja, ich weiß, du musst versuchen, ihn in irgendeine Richtung vorwärts zu kriegen. Und dann musst ihn auf Speed bringen, ich habe ihn jetzt auf Vollgas und dann... Oh, leck. Bist du abgestürzt, oder? Nein. Ist nämlich schon slick abgestürzt. Jetzt kriege ich Schub. Ja, ich habe ihn auch mit Schub, aber ATRQ ist weg und ja, ich kann... Scheiße. So, jetzt habe ich Geschwindigkeit. Einmal Lights on gemacht. Ah, kein Landing Sound, nichts im Bereich. Ich tue mir echt zu erschwerken. Wir haben eine Linie, das ist gut. Ja, ich versuche mich an der Linie zu orientieren. Ich habe gerade schon die ganze Zeit... Ja, macht von mir auch... Alarm-Sirene. Keine Ahnung, was wir für einen Treffer abgekriegt haben. Ah, du musst halt jetzt wie in... wie eine Fläche landen, ne? Oder bin ich hier als Disabled Iroquist geführt? Das kann ja sein. Bist du abgestürzt? Nein. Ich will nochmal fliegen. Ja, na, das... ich auch. Ich werde jetzt da mit 205 in die Dinger reinbretschen, ne? Und dann aufsetzen auf der Landebahn. Oh shit, das wird Gatling getötet. Oh, Alter, das wird's nicht so. Ja, ich habe hochgezogen und habe mich die... die Anti-Airgraft gleich voll erwischt. Grand-Daddy, okay. Ich muss übers Gegenroutern. Siehst du irgendwelche Leuchtfackeln vor dir? Das bin ich. Nein. Was war das denn jetzt? Ich kann ja kaum noch... Ich verliere jetzt die Spur. FSB Berchtesgaden. Ich werde wahrscheinlich den Hügel küssen. Jetzt sehe ich euch. Ja, ich bin gerade am Berchtesgaden vorbei. Das ist der Fall. Ich mache jetzt nur noch Leute fliegen. Ja, Leute fliegen, das mache ich auch. Naval Base habe ich im Blick. Bei Duckelheit. Okay, 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 Alter, ich versuche reinzukommen. Mayday, 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 Mayday. Oh, leck. Mayday, Mayday, nein! Ich kriege ihn runter, ich kriege die Mülle runter. Alter. Noch bin ich in der Luft, noch bin ich in der Luft. Noch bin ich in der Luft. Noch haben sie mich nicht gekriegt. Noch nicht. Ach, ich sehe den. Ich drehe gerade. Oh, nee, das ist er noch nicht. Das ist das Vorlager auf der Luft. Oh, lecker, ist das ein harter Feind. Ich habe schon mal den Flughafen für dich eingeleuchtet. Ich bin nicht abgestürzt, aber gleich. Okay, okay, ich komme rein. Ich komme hart rein. Ich komme hart rein. Bin down. Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Fuck. Ich bin am Flughafen vorbeigeflogen. Na ja, gut, macht auch nichts. Dann fliegen wir halt von vorn rein. Bist du explodiert oder was? Ja, ich bin mit dem Heckrotor aufgeschlagen und dann war es schicht in der Schicht. Du auch? Ja, ich komme gerade hier. Ich drehe jetzt eine große Schleife. Dann komme ich jetzt auch rein. Ja, ich habe es probiert, aber 200 war einfach so schnell. Das war jetzt nicht so der Burner, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe dich gar nicht. Wo kommst du rein? Ja, von Ost, wenn ich das finde. Aus Ost, aus East. Aus Ost, da habe ich sie. Aus Süd komme ich. Aus Süd, naja, das ist... Soll ich dir eine Beleuchtung schießen? Ne, ne, ich sehe die Landbahn schon. Jetzt komme ich rein. Ich höre dich. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich sehe dich reinkommen. Also ich habe es nicht gepackt. Ich weiß nicht, ob du auf Autohaferdung gehen willst. Ne. Ich versuche zu rutschen. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh, oh, tiefer. Höhe passt. Okay, Geschwindigkeit passt. Ah, wir mussten bloß nur vorbringen, ne? Ja, 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 ja. Oh, ja. Das war leider die Wiese. Sorry, Alter. Das war ja gut. Nein, ist das mal. Der erste Flug war gleich, gell? Dass wir keinen dabei haben. Ja, gut. Hallo, wir haben Supplies getroppt. Die habe ich ins Ivana getroppt. Ich, nein, ich habe sie in der Zone abgerufen. Nein. Ich war ja schon mal gestorben, ich habe sie in der Zone. Ja, du bist wahrscheinlich so fast gewesen. Was ist die Zone? Die Zone. Was ist die Zone? Ne. Was ist die Zange? oh So, keine Piste hier. Keiner da. Ja, da muss doch eine kleine Spawner sein. Hast du jetzt wieder in den Normalen? Ich hab dich so eingenommen, ja. Der hat abgekommen, oder? Ja, keine Ahnung. Ich hab dich so eingenommen. Ich hab dich so eingenommen. Ich hab dich so eingenommen. Hier ist sie. Ah, jetzt hab ich den. Ich hab dich so eingenommen. Ich hab dich so eingenommen. Ich hab dich so eingenommen. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Bitte. Ich starte. Ich hab dich so eingenommen. Ich hab dich so eingenommen. Ich hab dich so eingenommen. Werden denn die Leute da? Ah, Building Supplies. Ah, ok. Hab ich auch hingeschmissen, nein. Hattest du das markiert dann? Nein. Also ich wär bereit, nein. Wo ist die Landezone jetzt? Ja, die bauen die da oben hin. Ist jetzt noch keine Markierung da? Nein, aber die bauen die von da oben hin. Komm. Haken aus. Das sind Leute da, oder? Das sind Leute da, oder? Das sind Leute da, oder? Das ist wohl ein Karpfenbequest da. Alter, was war denn das jetzt? Komm, 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 komm. Also, da wird einer mit dem... Der kann auch hier... ...sporten lassen. Der hat dich jetzt mit dem Ding weggeschossen, oder? Ich warte auf dich. Ja, da geht da. Bei mir ist ein Hubschrauber da. Komm, steig ein in den. Ja, wenn... Ja, wenn der... Wenn der... Na, wenn die die Kisten bewegen, ne? In dem Augenblick, wo du bewegst. Ich bin... Der Bahnhof hat die Kiste getroffen. Achso, der hat die gespawnt. Und dann hat er gespawnt. Und dann hat er die Kiste getroffen. Und dann hat er die Kiste getroffen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Da drehe... Das ist ein... Das ist... was wir hier sein, was wir nicht tun, was wir nicht tun. Das ist es jetzt so. Die Kiste der Kiste der Kiste der Kiste der Ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen. Wand, Wand, geht's schon, geht's schon, Alter, so viel Scheiss, wie hier gespawnt ist, liege ich jetzt sehr weit außenrum. Du bist da? Ja, ja, ich bin da. Ich versuche nur gerade mich nicht von dem... So, ich habe jetzt zwei. Alter, 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 Alter. Idiot, Achtung, ich gebe dir Deckung. Ja, ich warte, bis der Seahorse weg ist. Ja, der hätte mich jetzt beinahe gerammt, na, der Idiot. The Ram. Ram it in. Trottel. Okay, ich biege dir hinterher. Ich bin nur gar nicht, ich bin nur am Boden, also ich bin nur hinter dir. Okay, also ich habe die, die requestet, haben sie dann geantwortet. Ja, ich lasse erstmal die Seahorse auch weg, weil der stellt sich an die... Okay, bin unten. Okay. Kommt da jetzt noch jemand, oder? Okay. Fliegst du los, ich gebe dir Deckung, oder soll ich losfliegen? Jan? Äh, Entschuldigung? Soll ich losfliegen, oder? Ja, fliegt los. Äh, okay. Start frei. Bist du gestartet, oder was? Ich bin Airborne, Dreh ein. Siehst du mich? Ja, ich starte gerade hoch. Und bin hinter dir. Ähm. Leuchtpferkel kommt. Ist raus. Ja. Bin hinter dir. Kriegst du mit Licht? Äh. Jetzt ist Licht an. Soll ich Licht ausmachen? Ne, ne. Lass mal. Was war denn das jetzt? Oh, der kommt mir entgegen. Alter. Das war jetzt fast ein Zusammenstoß. Bei mir ja auch. Der hat Rax geflogen, gell? Mhm. Die Siva, es fliegt ein scheiß Kurs. Ich fliege, ich fliege direkt auf der Linie. Wenn es da nichts ausmacht. Ja, ja. Ich fliege dir hinterher. Jetzt wird er. Ich gehe jetzt ein bisschen nach rechts ein, zu der Linie. Ich sehe dich jetzt nicht mehr. Ich bin, beweg mich auf die Linie. Beweg mich auf die Linie zur, hier zur Abwehr. Ich habe wieder Leuchtpferkel abgeworfen. Vielleicht findest du mich dann. Ah, ja. Ich fliege mich. Oh. Wie viel hast du dabei von den Heinzen? Zwei. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Boom. Hast du die Karte offen? Das ist mir, dass mein Handy handyfalls rausgeht. Dein Handy geht raus. Ich habe kurz den Kurs verloren vor lauter Handy glitzen, sorry. Okay. Muss ein bisschen korrigieren. Fluss aufwärts. Ja, ich fliege weiter auf der Flusshändler. Die drei. Hey, warum ist die Zone hier? Wir sind schon da. Ich werde mal vom Gas runtergehen. Die Zone ist heiß. Ja, die war doch westlich. Ja, ich sehe. Kommen wir jetzt ein Stück zu dir rüber. Ich fliege. Okay. Es sieht so aus, als hätten wir gerade die AA verloren. Ah. Ja, habe ich gesehen, ja. AA-Barning ist weg. Ich habe bloß 14x4 Rockets. Ich habe keine Raketen, da gibt gar nichts. Nur die MG-Schützen. Okay, ich versuche gerade... Ah ja, okay. Okay, okay. Ich sehe es. Du siehst die... Nein, ich sehe die Landezone nicht. Aber ich sehe, was abgeht, das war ich gemeint. Okay. Ich lasse die hier bei der Brücke hier unten raus oder so. Hast du da oben hingefeuert? Nein, negativ. Ich habe euch einen Leuchtenpfackel abgeworfen. Ja. Jetzt sehe ich nichts mehr, fuck. Ich bin unter Feuer. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich die hinbohe, wo ich die absetzen soll. Ich sehe euch, ich gebe euch Deckung. Sind jetzt beide raus? Ja. Achtung, ich breche hoch und dann nach rechts weg, falls du da bist. Von zwei Leute gebracht. Ist ja geil. Türschütze finden. Äh, finally. So, schreibt der rein. Endlich. Wie ist es denn? Was kommt? 5.43 Uhr, ah, das wird gleich wieder hell. Mal gucken, so. Durch, rein wieder zurück. Ich bin noch kurz hier. Danach werde ich auch wieder auf Ding switchen. Auf Transport. Ich bin noch kurz, ich bin noch kurz, ich bin noch kurz. Ich bin noch kurz, 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 ich Okay. Ich breche ab, komme zurück. Ich muss nochmal abdrehen, braucht einer Flares. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, okay, bin raus. Ich habe keine vier mehr. Ich habe nur jede Menge Splitter-Hankranaten geschmeißen jetzt um die Uhren. Okay. T-Fluke. Coming in. Three, two, one. Okay. Die, 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 die. Ich werde das. Okay. Ich hab nichts mehr. Heading home. Tiergars rausgehauen. Flares rausgehauen. Handgranaten. Der eine hat einen kleinen Ragequid gemacht. Warum? Also nicht. Es wird gleich 6 Uhr. Es wird gleich 6 Uhr. Es wär mal interessant, wo wir das Zeug hin schmeißen. Pff. Ich hab's... Keine Ahnung. Also, wenn die keine Farbe bauen... Heute ist... Heute ist kein Tag für Farbe bauen für mich. Ich werd halt nur noch... nur rein fliegen. Wir wissen, müsste ich auch mal was... ... 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 sind wir richtig auf dem Weg? ja ja, passt ich habe gesagt, das Ü drückt mit der 6.3 ja, sehen, Ü ist schon ja, was kommt da? Cobra? das sehe ich nicht, wo? ja, die ist gerade an den Dings an uns vorbeigezogen ja finding out the family ja, die sind ja ok, die sind ja ja, ich gucke unbedingt an, wo wir die rauslassen oben auf dem Berg da wo der Tornado da ist oder hier ne, hier nicht ne, hier fliegt der Lexer ne, fliegt die da auf den Hügel, kehrt sie gerade auf den Hügel hoch und dann schmeißen wir sie da oben direkt auf links, 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 da ist doch der kleine Hügel genau das ist dann in der Zone hier der Hügel genau da oben, glaube ich, ist sogar auch was da steht sogar ein Slick gehen wir höher bisschen nach links rüber, oder mach bring sie einfach runter, passt schon da oben steht auch ein Slick ja, warte mal, ich kann gerade nicht mach, 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 mach alles gut ich werde aber auch gleich mit aussteigen und den Slick bergen, der da mit dort steht ok vorausgesetzt, der ist nicht im Arsch vorausgesetzt, der ist nicht im Arsch ok, stehen bin draußen ok muss ich mal kurz gucken, wo der wo der ist der ist hier gleich ah, da ja ich warte jetzt hier kurz ich warte hier kurz ja ach, die sind im Tal unten drin scheint das ist ja super tempel aber die Sea Horse wird gerade ganz böse geschossen ich sehe es ja ansonsten versuchen zu sprengen, Markus, wenn er nicht mehr fliegen kann keine Ahnung, mit was dann bitte achso ich habe ihn gerade mal anlockt bin drin ja, er schaut gut aus hat er Schäden? ne, er schaut gut aus, oder? ja, sieht gut aus ja, dann fliegen wir den zurück, oder? ja recovering ok ich gehe dann gleich runter ins Toll ja, also ich flieg hoch und brech ich nach links weg ich brech nach rechts weg, ja also Richtung Richtung Plus runter fuck, was ist denn hier los? automatischer Schwebeflug, eine, so eine Scheiße scheiße ideal zum ja, zum abhauen zum abhauen zum abhauen, ja oh, 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 oh seh dich oh Bäume, 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 Bäume ja, Alter nice, nice, nice nice crash landing, oder? naja, ich habe schon gelebt ja, ich bin hinter dir ich bin hinter dir fliegst du? ah, ok ich bin in den Sonnenaufgang ha den Sonnenaufgang romantiker, ha kleiner romantiker, der will ich jetzt eigentlich nur noch die richtige Musik dazu hören ha ha ja, fortune's sein, oder so ich glaube, hängt mein Stream kann das so nein, hängt er nicht nein dann hängt er bei mir am Handy nein, ich habe nebenbei auf dem zweiten Monitor ob es läuft ah ja gut, das ist gut was ich sehe reden, hörst du uns auch, oder? nein nein, das habe ich aus, weil dann würde ich das Zeitpunkt überziehen und hören da würde ich wahnsinnig werden ok, nee der Ton ist angepasst 84 oh shit, jetzt habe ich dich aus den Augen verloren aber ich bin ein bisschen von der Linie abgewichen ich muss ein bisschen weiter nach Nord ja, ich ja ich sehe dich wieder ich bin gerade über den Hüttler zumal zwei Leuchten gucken ja, das hat es am Freitag, wo wir gemacht hatten, das war auch richtig cool ach, da kommt uns jetzt eine AAH entgegen eine AAH eine Cobra, ja, ich sehe sie zwar gerade nicht nicht auch nicht links, äh, links Hand ist ja etwas wie ja ja, das müsstet ihr jetzt gleich gehen ah ja, ich sehe ok ok auf der Speed wäre ich das Garten für mich jetzt ja, ich bin echt das Garten vorbei hey das schaut aus wie Herrn Berge Hill, hey ach, das sehe ich schon den Flugplatz ja, dadurch dass es jetzt schon Tag-Nacht-Wechsel oder Nacht-Tag-Wechsel ist Jetzt hattest du das Gefühl, dass wir schon 3 Stunden zocken, dabei ist es gerade mal eine Stunde. Wo? Wo bist du denn? Wo, fliegen. Achso, ich bin gerade unten, ich gucke mir gerade an, was hier los ist. Okay, einer fliegt gerade weg. Ich komme jetzt wieder rein, von dir aus rechts oben. Ja, ich habe gerade umgedreht, ich bin über der Landebahn, ich sehe dich reinkommen. Okay, du landest ziemlich nah am anderen Hut. Ja, der Schrauber ist kaputt. Ja, der Schrauber ist kaputt. Schrauber ist kaputt, kommen wir mal, ob ich jetzt hier... Nein! Nein! Ah, ja, scheiße. Das war zu nah. Immerhin, er ist zurück. Steigst du bei mir ein, ich nehme dich mit. Recovery. Ja. Ich habe es mir nur gedacht, fuck ey, jetzt ist er aber nah dran. Siehst du mich? Ja. Ja, da hast du jetzt schon wieder einen Kunden. Mach nix. Immer rein. Ja. Haben wir noch irgendwo eine Recovery Flight? Was ist das da oben? Idle, Disabled Walker. Okay. Eine Cobra sehe ich. Die könnte man abholen, die steht irgendwo. Die ist ganz im Norden. Siehst du? Eine Frog sehe ich, ne? Eine Frog sehe ich, Idle. Nein, nicht. Achso, Idle. Bist du drin? Oh ja. Oh ja, die könnte man holen, die steht da auf der Landebahn oder was. Ja. Cool. Ich überlege gerade, wie man die reparieren könnte. Obwohl, wenn sie hier stehen, dann sollten sie eigentlich respawnen, gell? Nein, nein, nein. Ja, unter uns steht jetzt nichts, ne? Bei dem Supply Officer da. Scheiße. Nein. Okay. Fliegen wir richtig? Schauen wir mal auf Karte. Ja, kannst ein bisschen... Weiter nach rechts, also nach Nord-West. Ne, die Richtung ist schon mal gut. Also geradeaus jetzt, straight? Ja, genau. Einfach mal jetzt so geradeaus. 200, Höhe 80. 23. Kannst noch ein bisschen weiter nach Nord-West drehen. Also nach rechts. Weiter, weiter. Fahre ich. Ja, die Richtung so passt schon. Okay. Jetzt gerade. Ja. Ja. Jan, schreib mal rein unten in Vehicle Channel, dass das ein Recovery Flight ist, das erste Mal, dass wir da hinfliegen. Ja. Aber wir haben ja nicht mehr lange, oder? Ja, noch ein Stück, du fliegst gerade über die grüne Zone, jetzt noch ein bisschen mehr nach links halten, Markus. Mannschaft links. Scheiße, das Sprint haben wir auch nicht mehr recht, naja, 3 Viertel vorgepassen. Ja, Markus, die Richtung passt. Einfach gerade halten. Du liegst jetzt direkt auf die Landebahn mehr oder weniger zu. Roger. Ja, ich sehe schon. Das musst du dann so in so ein Tal reingehen. Ja, ich sehe es, alles klar. Genau. Sichtkontakt. Der steht irgendwo genau in der Mitte müsste der stehen. Da siehst du ihn. Negativ. Direkt gerade Erse... Ja, ja, Sichtkontakt. Haben. Warte kurz, ob wir... Roger, Roger sind. ...fähig ist. Eidel. Eidel. Schauen wir mal, ob der ist. Der andere hieß auch Eidel, gell. Warte. Muss... Ich muss... Speed wegnehmen. Ja. Ui. Kranz, kranz, kranz. Warte. Warte, ich gehe schnell gucken. Dann braucht er denn der zum Aussteigen. Hast du ihm das geschrieben das mal? Ja, ja. First. Favoury flight. Okay, aber dann fliege ich nämlich... Warte schnell. Ob hier überhaupt funktioniert. Ja. Okay. Dann fliege ich nämlich hoch und setze den ab. Ja. Dann schreibe ich ihm mal. Fliegst du zurück, oder? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Der ist bei dir drin. Der ist bei dir eingestiegen. Ah, okay. Schreibe ihm, er soll bei mir einsteigen. Ich fliege ihn... Ah, ich fliege einfach hoch. Ich nehme ihn mit. Hebe ab, hebe ab. Ich nehme ihn mit. Einfach abheben. Ist er jetzt bei dir drin oder nicht? Nee, jetzt ist er bei dir wieder eingestiegen. Dann schreibe ich rein, er soll aussteigen. Ja. Jetzt ist er, hebe ab. Hebe ab, hebe ab. Wir sehen uns dann. Jetzt macht er die Tür auf der Knallkopf. Kann kein Co-Pilot sein. Dann nähen wir ihn auf dem, er ist er nie mit. Was ist denn da? Ach Mann. Was halten? Ach. 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 Hey mate, do you hear me? We are heading now to the FOB. We just did a recovery flight for the chopper. Ach. 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 Okay, ich bin oben in der Zone. Mal gucken, wo wir das jetzt das Päckchen abliefern. 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 Was haben wir denn hier alles? Ich bin gleich unten. Schauen wir mal, ob die beschissenen Granaten hoch. Hoch. Okay. Okay. Okay, Suppler ist dann nicht mehr da. Okay. 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 Heading home. Flying home for Christmas. Okay. 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 Wir schauen mal. Den habe ich jetzt aufgeladen, repariert, aufgetankt und alles. Der ist fertig. Mal schauen, ob der andere vorne noch kaputt ist. Naja, sicher. Muss ich mal gucken, wenn der Kanara drin ist, dann muss ich ihn mal fragen, wie das geht mit den kleinen Jobbern, dass du die übelst bewaffnen kannst. Da kannst du mehr Raketen ran machen. Ne. Oh, okay. Hast du das mal probiert, außerhalb von diesen Parkbuchten? Da gibt es doch noch zwei so extra Dinger. Echt? Oben. Wo waren die Dinger extra? Wenn du die ganzen Parkdinger ganz bis zum Schluss, die Parkbuchten, dann rechts sind zwei so Spots, wo du auch dieses Minus kriegst. Ja, reparieren. Das Pilot, meine ich. Ja, genau. Ja, da glaube ich war er aber. Ich bin mal in der Tscheche. Aber der ist immer noch kaputt hier. Ist er. Oder? Nochmal. Ach so. Das muss der Ingenieur sein, wenn du das Fahrzeug probierst. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Das habe ich auch schon probiert letztens. Und? Ja, da oder ähnlich bis der hoch geht, ne? Dann geht glaube ich darauf gerotzt. Bozang. Was ist denn Bozang? Was ist denn Bozang? Was? Ne, der Erste-Hilfe-Jopper. Aber der steht doch in der Parkbucht, oder? Warte mal. Ne, steht er nicht. Und wenn da lauter so Idioten rumfliegen, wie der wo jetzt reinkommt, dann guckt er den mal an. Der ist ja auch ein Idiot. Oh, hier ist dein Lieblings-Paket, Markus. Was? Was? Äh. Mit lauter Minen drin. Ja. Ne, du musst nur Rucksack mitnehmen. Da muss ich erst mal Rucksack holen, weil das kann. Oh Gott, reingekratzt. So, Motor aus. Ich werd das Ding jetzt gleich wieder mit dem Schrauben da. Der Kleine ist aber nicht im Arsch, oder? Welcher Rucksack war das? Sprengstoffexperte. Dann Nilo im Kontrollmenau, da kann ich nix machen, grün. Bestätigen. Okay. Wir haben einen Rucksack mit vier Pionierspringladungen, dann jage ich die Hubschor in die Luft. Ja, schmeißen wir den Scheiß hin, oder eine Pionierspringladung, oder zwei. Kannst du nicht nehmen. Du kannst schon ein... Dann steigst du bei mir ein und dann... Warte, warte. Dann fliegen wir mal dahinter und jaggen mir die Scheiße. Du kannst auch fliegen. Ja, 40 Sekunden magst du bitte nicht. Leg sie einfach hin, steig ein und... Warte. Warte. Einfach einsteigen. Du kannst dich am Pferden zünden. Ja, ich muss hier essen. Moment. Nimm nur eine, mach nur eine. Komm her. Mach es nicht kompliziert. Nur eine. Ich glaube nicht. 2... Ich kann jetzt vier Bomben zünden, Marc. Warte. 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 Ja. Jetzt. Warte. Warte. Hat's beide zerlegt. Guck. Ja. Top. Okay, wo soll man da was machen können? Hier hinten? Da hast du wieder knarzt. Überbelastung, ne? Hier meinst du das? Was soll man da machen? Ja, irgendwo muss man den ja... Hier hinten, siehst du da den Landesport, da muss man die Kisten hinschmeißen dann. Ja, aber... Nein, achso, hier nicht. Warte mal, hier war auch noch Pilotenmenü, oder? Ja, das ist hier für den Düsenjäger, das was ich meinte ist... Warte mal, ich... Gehen wir mal hierher. Ich guck mal, Pilotenmenü. Nope, 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 kann nix machen. Dann fliegt mal die Ladebahn runter. Langsam, 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 langsam. Ah, die zwei hab ich... Die hab ich schon ausprobiert. Ah, achso. Weil da steht nämlich irgendwas mit Transfer oder sowas dran, weißt? Die saß bei allen, den Transfer. Ah, okay. Dann, okay. Keine Ahnung, was Transfer heißt. Und in dem Lager, wo die, oder auf dem Landeplatz, wo die Dinger stehen? Kann man mal gucken. Was auch den Heli-Dings anzeigen. Ja, die Karte kann es halt so geil fliegen. Es ist halt so eine Drecksame. Aber die geht sich auch nicht schlecht, gell? Ja, der ist halt übelst sensitiv, ne? So, und wo kann man hier was machen? Ja, vielleicht da auf dem Helipod. Helipad mein ich. Hier kann man nix machen, oder? Hier an dem Zeugsel da. Hier an dem Zeugsel da. Sieht nie und nur noch tanken aus. Oh, der Confused Master. Insurgent. Er spürt Sandstorm. Ich glaub, dass da nix geht. Nein, da gibt's nix. Der ist nicht so fett wie die anderen. Mal gucken, ob die anderen schon respawned sind. Naja, hier hast du nur, keine Ahnung, Swamp. Ah, guck, die sind schon weggespawnt. Wenn die Menschen hier da waren. Ja, langsam kommen wir wieder rein. Lassen die Chopper auch da sein. Naja, guck. Naja, komm, dann fliegen wir nochmal hoch. Einmal hoch. Ja. Hier seht ihr der richtige Slickshop. Oh, jetzt ist der Karpfurt. Ja. Hast du's gesehen? Ja, ja. Aber? Ich hab keine mehr dabei. Ich hab ihn schon repariert. Ah, du warst nah genug dran. Ah, sehr gut. Also raus, rein in den Slick. Letzter Flug für mich. Mhm. Fliegst du nicht mit, oder was? Doch, ich flieg nicht mit, ja. Ne? Ich flieg mit. Ich flieg kurz her. Ach, wir holen noch ein Ding ab, oder was? Äh, ein Bug, oder? Ja. 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 Das ABC war's. Bist du noch mal kurz hoch? Ja. Ganz im Norden sind, ist noch ein Idle. M, äh, guck mal ganz im Nordosten, siehst du das? Auf der Karte? Ja, aber das ist ein M113. Ach, M113. Ach, M113. Ach so, ja, okay, nee, dann. Hat er nur irgendwelche Hansel da? Warte ich. Guck mal. Ist keiner da. Oh, es ist noch oben, die wir abholen können. Außer der hat die jetzt gerade geholt, da. Ach, ne, hier unten liegt noch ein disabled, äh, Miroki-Pushranger. Wo, ganz in der Nähe. Außer der wird gerade rangebracht, das sehe ich jetzt nicht. Ah, der hat halt gerade... Merkaufsee, wo, wo ist der Pushranger? Links, äh, geh weiter raus. Geh weiter rausrollen. Geh weiter rausrollen. Ah, ist doch der rote Markierung. 2. Rechts, rechts, rechts. Ah, ja, ja, ich sehe ihn. Ja, ja. Ich komm, was fliegen wir denn? Also, das wird ja nicht so auf den Gebirge�nen gegen den Alp-Pushranger. Da ist es ja los, wie das finance. Und jetzt wo es noch ist. Also, das wird ja auberfläche, wir haben uns nicht geschieht. Da ist ja... Da ist ja das nicht so großartig. Aber jetzt ist ja das nicht so großartig. Richtung stimmt. Richtung ist gut. Bisschen nach rechts, ja genau. Da kommt ein Lager. Rechts davon hast du so Berge. Bisschen halb rechts fliegen. Auf die Felsen zuhalten. Wenn der disabled ist, dann ist er im Arsch. Jetzt geradeaus. Hör, hör. Dem Weg folgen. Langsam dem Weg folgen. Ah, ich sehe die Kiste glaube ich schon, oder? Ne. Ah ne, es war ein Stein. Ne, er musste um die Kurve rum noch. So, links ist er irgendwo. Ich sehe einen Arsch, da unten ist er. Hast du noch ein Sprengpaket dabei? Ne. Ne, er war jetzt nicht mehr. Ach, das war in meinem Rucksack noch. Warte mal. Ja, lass mich mal irgendwo runter. Einfach kerzengerad runter. Ja, Moment. Mit Autohaver. Ja, ich hab schon Autohaver an. Ja, Moment. Da unten liegen auch Tote, wir kommen, sehe ich gerade. Shit. Oh, kann man da überhaupt landen? Auf dem Weg, ja. Mit dich auf dem Weg kannst du runtergehen. Ja. Du darfst nur mit dem Heckrotor die Bäume nicht berühren. Mhm. Wir mussten vor außen landen, vor außen geht es mit Autohaver. Ja, ja, ich hab schon außen, mussten nur ein bissl umgehen. Links, musst du weiter links rüber, ne? Hm, ich bin schon dabei. Okay, jetzt noch ein Stückchen links und runter, langsam. Gleich ein bisschen zurück. Auf jeden Fall mehr zum Weg hin. Jetzt runter, langsam runter, zurück, zurück, zurück ein Stück. Ja, und runter. Langsam zurück, ja passt, probier's mal. Oh ja, sieht gut aus, sieht gut aus, Alter, sieht gut aus. Wenn du nicht mehr rechts, links drückst irgendwas, dann... Nein, nein, ich würde einfach nur runtergehen. Ich guck mal, was wir hier dabei haben. Oh! Scheiße, 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 scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn gemacht? Ja. Was hast du denn gemacht? Verdrückt. Jetzt sind wir beide im Arsch. Ja, aber was hast du denn beim... Ich hab gesagt, ich hab mich verdrückt. Ja, aber was denn? Sag's mir halt. Ja, genau. Weißt du nicht. Boah, Alter, geh mir nicht auf den Sack, ehrlich. Entschuldige, ich frag ja nur, ich will's ja bloß wissen. Ist doch nicht schlimm. Soll ich dich heilen? Nee. Ja, fuck, jetzt waren wir so schön unten. Aber hast du einen MG dran? Nee, aber der hat eins dran. Doch, der hat einen MG hier. Jetzt pass auf. Boah, gib mir das auf die Eier, ehrlich. Ja. Kommt vorher. Scheiße. Scheiße passiert. Oh, der... Hey, warum kann ich jetzt... Das MG reicht, um da hin zu wirken. Hey, warum kann ich jetzt da nicht? Oh, weißt du, was wir machen? Hahaha, geht nicht. Was macht man? So, ich mach den hier kaputt. Mhm. Pass auf, den spreng ich mich mit dem in die Luft. Wie willst du denn das machen? Ja, die Handgranaten alle auf einmal rauslassen. Noch zwölf Splitter-Handgranaten. Vorsicht, geh weg von mir. Hahaha. Okay. Hahaha. Das hab ich jetzt leider nicht gesehen. Nur bei dir kostet ein Stück. Oh, Feind. Feindkuss. Was ist denn, wenn ich jetzt kaputt kam? Jetzt sind sie kaputt. Jetzt muss halt irgendjemand holen, ne? Also der Slick ist ja wurscht, aber der Bushranger. Ähm. Der Kajus ist jetzt auch im Arsch. Ja, Meister. Jetzt haben wir hier eine Dreiviertelstunden gemacht. Ja. Ja. Ich, äh. Ich hab grad eben... Wollte ich hier landen und dann... Ja, okay. Jetzt setzt auf und hab voll den Schub gegeben, weißt. Hm. Ja. Dann hat's halt scheiße. Thanks for the Game Meister. Danke dir. Ja, ich danke dir. Markus. Das war geil. Wir hören uns. Danke fürs Helfen. Ich wünsch dir was. Gute Nacht, Jan. Danke dir. Ciao, Markus. Ciao. Oh.